Spillern ist eine österreichische Marktgemeinde mit 2161 Einwohnern im Bezirk Kornneuburg in Niederösterreich. Geografie Spillern liegt im Weinviertel in Niederösterreich östlich von Stockerau und 22 Kilometer nordwestlich von Wien. Die Fläche der Marktgemeinde umfasst 12,69 Quadratkilometer. 46,66 Prozent der Fläche sind bewaldet. Im Süden grenzt Spillern an die Donau. Es existieren keine weiteren Katastralgemeinden außer Spillern. Geschichte 1230 Erste namentliche urkundliche Erwähnung unter Spillern 1363 Die Hadegg-Grafen-Dynastie ist Besitzer von Spillern Vor 1400 Maisauische Besitzungen in Spillern 1451 bis ins 16. Jahrhundert Besitzungen der Zähking von Sjandorf in Spillern Um 1600 bestand schon ein Schafflerhof und ein Jägerhaus. 1683 Drill- und Exerzierplatz in Spillern für die Umgebung aufgrund der Türkenbelagerung 1750 wird die Holzkapelle Maria Hilf errichtet. 2006 Spillern wird Teil der Kleine Region 10 vor Wien. 2009 Spillern hat erstmals über 2000 Einwohner Bevölkerungsentwicklung Politik Städte Partnerschaften Kenneis in Tschechien Wirtschaft und Infrastruktur Nicht-landwirtschaftliche Arbeitsstätten gab es im Jahr 2001-82 Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe nach der Erhebung 1999-7 Die Zahl der Erwerbstätigen am Wohnort betrug nach der Volkszählung 2000-1800 Die Erwerbsquote lag 2001 bei 48 25% im Süden des Ortes liegt der nördliche Teil des Kraftwerks Greifenstein Im Jahre 2010 wurde in Spillern durch die EVN-Wärme ein Biomasse-Heizwerk errichtet. In der ersten Ausbaustufe werden Gemeindezentrum, Kindergärten, Volksschule und einige Wohnhäuser mit Fernwärme versorgt. Der Hackgut-Einsatz beträgt jährlich rund 1000 Schüttraummeter. Kultur und Sehenswürdigkeiten Pfarrkirche Spillern Die römisch-katholische Pfarrkirche wurde 1965 fertiggestellt und 1966 zur Pfarrkirche erhoben. Heilandskirche Spillern Kirche der Evangelischen Gemeinde Die ehemalige katholische Kapelle wurde der Evangelischen Gemeinde nach dem Neubau überlassen und gehört heute zum Pfarrgebiet der Evangelische Pfarrgemeinde A. U. H. B. Stockerau Sonstiges Auf einem Gestüt wird die alte, aber heute gefährdete Pferderasse der Klattruber gezüchtet. Punkt Sport Golfplatz Spillern Spillern hat auch einen eigenen Golfplatz, der abgeschieden in der Nähe der Nachbarortschaft Wiesen liegt. Sportplatz Ballplatz Der Heimplatz des SV Spillern Dieser wurde 1922 gegründet. Asphaltstockbahn Neben dem Sportplatz steht eine Asphaltstockbahn mit vier Bahnen zur Verfügung. Beachvolleyballplatz Neben der Asphaltstockanlage gibt es in Spillern einen Beachvolleyballplatz. Tennisplatz Seit 2001 besitzt Spillern eine Tennisanlage, seit 2009 mit drei Plätzen, die Heimstätte des TC Spillern. Persönlichkeiten Heinrich Hildenreiner, Chirurg und Orthopäde, lebte ab 1946 in Spillern. Monika Riha, Politikerin Die Hildenreiner, Chirurg und Orthopäde, die Heimstätte des Tennisanlage, die Heimstätte des Tennisanlage und der Cisbane. Die Hildenreiner, Chirurg und Orthopäde, die Heimstätte des Tennisanlage ist in Spillern. Vielen Dank.